Peggy 18 Erwartungen schnell übertroffen, befördert ihn die Aufklärung. Anlass zur psychologischen Überwachung. Initiiert. Spezialisiert in Operationen, die das Ausschalten sensibler Ziele involvieren. Demonstriert Führungsstärke und Innovation. Steuert und manipuliert Konfliktszenarios mit natürlicher Begabung. Architekt zahlreicher ISIEL-Programme und Initiativen. Beförderung Tetraran. Psychologische Überwachung. Eingestellt. Ausgewählt, um die Anna Byrne Wood zu ersetzen. Neuer Betreuer des ISIEL-Mitarbeiters. Codename, Agent 47. JetMSEL 3 Fels Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.